wir waren im nordrhein-westfälischen rheinbach wandern und zwar in dem rheinbacher wald das waldgebiet grenzt an das bundesland rheinland-pfalz und weist sehr sehr viele wanderwege auf die wanderwege sind recht gut ausgebaut und auch ausgeschildert wir sind circa viereinhalb kilometer gewandert um dann auf den thomberg und auf die thomburg zu gehen das war ein kleines highlight für die kinder nun aber ab weiter durch den wald ein weiter weg da geht es hier hoch zu thomburg das ist ein kilometer dann ist es nicht mehr weit bis zum auto entlang dieser wiese gelangt man zum eingang auf den thomberg und kommt dann auf die thomburg hier geht es dann weil sich die burgruine auf einem hügel befindet relativ steil nach oben aber es lohnt sich vor allem der ausblick über das rheinland und und Musik 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 Da darf man aber nicht hoch, Nika. Da darf man aber runterfahren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.